Servus und Grüß euch auf BikeBot.at. Ich bin NoPain und heute dreht sich's mal nicht um Radkomponenten, E-Bikes und Elektrohelme, sondern schlicht und ergreifend um die komfortabelste Performance-Trägerhose der Welt. Und die kommt von Castelli. Eh klar, bleibt's dran! Ja, will ich, lasst schon die Musik, die du einfach Ihr werkt? indem du von hier auf die Sprache sehr明智 macht, In der Zeit geschätzt, wie du Jagie-Til mit der Nase-Bike-Van-Van-Van-Van-Van-Van-Van-Van-Van. Um, Du, Du, Du! Rechtzeitig zum Sommerbeginn präsentiert Castelli die brandneue Premium Black Bip-Short für Damen und Herren. Dabei handelt es es mittlerweile um die dritte Generation und laut den Italienern um die wichtigste Produktvorstellung der letzten 20 Jahre. Aber was macht die Hose so besonders und handelt es es dabei wirklich um die komfortabelste Performance-Trägerhose der Welt? Die Liste der innovativen Features ist so lang, dass eine detaillierte Vorstellung den Rahmen unseres Videos sprengen wird. Den Link zum vollständigen Bericht auf bikeboard.at findet ihr unterhalb in der Beschreibung. Herzstück der Premium Black ist das exklusiv für Castelli produzierte Engineered Weave Material. Bei dem gewebten Stoff lässt sich die Gewebestruktur, die Fasermischung, die Dichte und sogar die Oberflächenbeschaffenheit in einem einzigen Arbeitsschritt an die spezifischen Anforderungen eines Radfahrers anpassen. Und da, wo andere Trägerhosen aus zehn verschiedenen Einzelteilen, elastischen Silikonbändern, Logo-Stickern und unzähligen Nähten zusammengeschustert werden, da besteht die Castelli Premium Black prinzipiell nur aus drei großflächigen Paneelen und sehr wenigen Nähten. In optischer Hinsicht besticht die Premium Black mit dezenten Details, wie ihrer subtilen Oberflächenstruktur und den gelaserten Scorpion-Logos an den Beinen, sowie dem Rosso Corsa Schriftzug am Hintern. Und um die Augen der nachfahrenden Kollegen zu schonen, wurde der hintere Teil der Hose mit einer extrem leichten Zwischenlage absolut blickdicht gemacht. Musik 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 Außen ist die Hose glatt, um die Aerodynamik zu verbessern und an den Oberschenkeln besonders dünn, atmungsaktiv und mit einer mittleren Kompression ausgeführt. Musik Hingegen besitzt sie im Hüftbereich einen stärkeren Support, um den Sitzpolster in Position zu halten. Ein Highlight sind auch die per Laser geschnittenen Beinabschlüsse, die nur minimal auftragen und extrem rutschfest sitzen. Die schmalen, anpassungsfähigen Träger, ein luftig perforierter Rückenteil und der nahtlose Progetto X2R Sitzpolster runden das Komfortpaket ab. Musik In der Praxis überzeugt die Premium Black Trägerhose auf ganzer Linie mit den technischen Features und ihrem Schnitt. Die hochelastischen Pips schminken sich nahezu faltenfreien Körper und bleiben auch in den dynamischen Fahrsituationen unverändert in der richtigen Position. Zudem decken sie einen breiten Temperaturbereich von etwa 14 bis 38 Grad ab und eignen sich deshalb grundsätzlich für jeden Tag und jedes Wetter. Musik So und das war's schon wieder. Mehr über die Premium Black gibt's auf backboard.at, den Link findet ihr unterhalb in der Beschreibung und bei Fragen, Wünschen, Anregungen oder Beschwerden hinterlasst uns jederzeit einen Kommentar oder schickt uns eine Nachricht. Pfiat euch, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.